Wir schreiben das Jahr 2045. Sebi sitzt mit seinem Sohn im Ostflügel seines Anwesens. Vater, erzähl mal vom Jahr 2020. Nun, mein Junge, alles begann damit, dass der 1. FC Köln auf dem besten Weg war, sich für die Champions League zu qualifizieren. Isle of Lamp, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu 1. FC Köln auf Lamp, dem Podcast, Folge 166. 166, so weit sind wir schon. Ich war gestern mal mitzuzählen. Ich wurde letztens darauf angesprochen, ob ich einen Podcast habe oder habe ich gesagt, ja. Moment, stopp, 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 stopp. Wer spricht dich an und frag, ob du einen Podcast hast? Eine Person, mit der ich gechattet habe, also per Videochat. Die war durch eine andere Freundin da. Ja, und die will auch einen Podcast aufnehmen und hat das Mikrofon gesehen. Ach so, deswegen. Ja, und daraufhin war die Frage, hast du etwa einen Podcast? Und ich so, ja. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich hinaus wollte. Ach nee, genau. Und dann ist der nämlich aufgefallen, dass es uns einfach schon seit 2016 gibt, Sebi. Ja, das gibt es schon länger, ne? Aber uns, uns, ja, uns, ja, 2016. Das Wir existiert seit 2016. Kann man jetzt von halten, was man will. Hat vieles Positives. Auf der anderen Seite denkt man sich natürlich auch, wow. Also, wenn wir eins haben, dann ist es Durchhaltevermögen, ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben vor 30 angefangen, ne? Was vor 30? Du steckst ein bisschen fest, ne? Okay, das ist super. Ich habe nämlich noch ein Thema, auf das ich dich nachher ansprechen möchte. Und ich glaube, wir waren noch nicht 30, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Ach so. Ja, das kann sein. Das ist nicht los. Im Moment ist ja jeder im Podcast. Ja, ich bin, ich bin heute total neben der Mütze. Ich bin heute Morgen, ich kam heute Morgen erst noch zu spät ins Homeoffice, weil ich verschlafen habe, ja? Dass das passiert. So, und dann, dann habe ich hier meinen Rechner halt hochgefahren und so weiter und so fort. Und dann waren erst mal eineinhalb Stunden Internet weg. Und das als Artiller, da kannst du nicht viel machen, ja? Ja, und wenn du kein Internet hast, dann kannst du die Zeit auch nicht überbrücken, indem du dir dann irgendeine Folge Simpsons oder so anguckst. Nee. Und dann saß ich hier halt rum und habe auf dem Balkon geguckt. Ich hätte vielleicht schlafen sollen. Ich bin total neben der Mütze. Und gerade eben war mir auch noch tierisch kalt. Ich habe mich echt, draußen sind irgendwie, was haben wir denn, 22 Grad in meiner Altbauwohnung hier. Die ist noch irgendwie auf dem Wintermodus. Hier sind irgendwie gefühlte 15 Grad drin, weil die Heizung auch raus ist. Aber bei mir sind schöne, schmackige 20 Grad in der Wohnung. Und ich habe mich gerade noch schön unter die Decke gelegt, auf die Couch und wäre beinahe eingeschlafen. Und bin kurz vor sechs, heute ist Dienstag, der 7. April, 18 Uhr, wollte mal aufnehmen. Ich bin um kurz vor sechs wirklich aufgeschreckt Richtung hierhin gelaufen. Habe meinem Hund noch gerade was zu essen gegeben. Ja, das war noch das Wichtige. Und sitze jetzt hier mit dir und hätte dich beinahe vergessen. Ja, das ist vollkommen überraschig. 18 Uhr, Punkt 18 Uhr war Wookiee online und Sebi war nicht da. Das ist echt erstaunlich. Also da kann man sagen, was man will, aber Quarantäne macht mit jedem was. Ja, mich macht es einfach nur gerade fertig. Ich bin echt müde. Du hast einen Downer, du hast einen richtigen Downer gerade. Den hatte ich letzte Woche. Also bei mir kommt die Stimmung gerade wieder hoch. Echt? Ja, ich habe so langsam, ich habe so den ersten Rockbottom hinter mir. Ja, heute Mittag dachte ich, es geht mir relativ gut. Ich habe gegrillt, ich habe meine Heimkantine aufgebaut. Ja, habe ich gesehen. Zwei Bratwürstchen draufgelegt und einen veganen Tufel-Nudelsalat dazu gehabt. Sehr, sehr lecker. Schön in der Sonne gesessen, dabei eine Fritz-Limo getrunken. Also alles wunderschön, ja. Und, ja, aber irgendwie, nee, irgendwie will das alles nicht. Also man versucht ja schon das Positivste hiervon rauszuholen. Weil ganz ehrlich, so ein chilliges Mittagessen hast du auf der Arbeit nicht. Mhm. Vor allem so ein gutes nicht, ne? Nee. Also ehrlich gesagt, die letzten zwei Wochen esse ich so, so gut zum Mittag. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir haben auch hier einen guten, das muss man ja auch erstmal schaffen, jetzt halt einen Kochrhythmus irgendwie zu schaffen, weil man muss für sich selber halt sorgen, ja. Ansonsten besorgt man sich halt irgendwo was oder geht in die Kantine und jetzt muss man halt für sich selber sorgen. Und ich habe ganz ehrlich mich die ganze Zeit eigentlich hier schon beim Griechen um die Ecke gesehen. Aber ich war während der Quarantäne kein einziges Mal irgendwo schnell im Bissessen mäßig unterwegs oder habe irgendwas bestellt. Ich habe immer selber gekocht. Das siehst du? Und, ja, das ist schon... Aber du bist ja auch einer, der auch normalerweise, wenn er normal arbeiten geht, ja auch in die Kantine geht, ne? Du nimmst dir nichts zu essen mit. Das heißt, du hast sowieso nicht diesen Rhythmus da, der dich dazu bringt, täglich zu kochen. Das ist wahr. Ja, bei mir ist das ja eher so, das eine, wenn ich es schaffe, das andere, wenn ich zu faul bin. Deswegen... Ja, an sich macht mir das eigentlich auch überhaupt keinen Spaß. Wir kochen immer am Abend vor für den Tag danach, weil Frau nimmt sich halt was mit auf die Arbeit und ich mache mir das dann hier auch warm. Aber an sich, ich habe abends eigentlich gar keinen Bock, jetzt gerade auch keinen Bock zu kochen. Ich muss gleich noch was kochen, damit ich morgen was zu essen habe, ja? Aber ich habe da absolut keinen Bock drauf. Aber ich mache es einfach. Und ich habe jetzt schon absolut einen Graus davor, weil ich morgen in den Supermarkt muss. Ich mache morgen wieder meinen Wocheneinkauf, meinen Quarantäne-Wocheneinkauf, den ich einmal die Woche mache, ja? Dann ziehe ich mir meinen Buff an, verhühe damit mein Gesicht, ja? Dann ziehst du dann wieder deine Bubble an, die du früher als Kind tragen musstest? Ja, genau, ziehe ich dann an, ja, ja, genau. Damit ich auch überall... Ist ein bisschen blöd, weil ich laufe überall gegen, ja. Du hast doch einen Reißverschluss hat auch. Oh, mir fällt gerade ein, weißt du, wie lustig das wäre. Wir hätten damals vom Junggesellenabschied Fußballdinger. Oh, diese... Ja. Wir hatten noch dieses Bubble-Fußball da gespielt, wo wir uns alle so verletzt haben auf Arnas Junggesellenabschied. Anderthalb Meter Abstand, kein Problem. Boah, das Ding wäre doch jetzt genial, oder? Ja, wir wären auf jeden Fall safe. Ach ja. Ich sehe auch keinen... Bei Reddit siehst du ganz viele Leute mit den T-Rex-Kostümen umlaufen. Oder Taucheranzügen auch schon, ja, ja. Ja, oder Burkas. Hast du das vom Postillon heute gesehen? Äh, nee. Heute ist übrigens Dienstag, falls sich jemand gerade fragt. Weißer deutscher Mann zeigt Muslimen an, weil sie ihr Gesicht nicht vermummt. Deutsche. Ja, ich habe heute irgendwie eine Nachricht gelesen, dass hier aus Halbdeutschland, also hier sprich München, schon die ersten Schreie kommen von wegen, es sollte doch bald ein Maskengesetz, also ja, ein Maskengesetz kommen. Ja, alles halt vernünftig, keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich habe keine Ahnung davon, ob es hilft oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was im Stand ist. Sind jetzt Masken wieder gut? Ist das so wie Eiweiß bei Eiern? Eine Maske ist so dann gut, wenn du andere schützt. Die schützt dich nicht, aber die schützt andere. Und deswegen ist es zum Beispiel sinnvoll, das Gesicht zu vermummeln, wenn du irgendwie in die Straßenbahn einsteigst oder halt in den Supermarkt gehst. Da, wo du halt zwangsläufig irgendwie Kontakt zu anderen Leuten aufnehmen musst, ja. Aber hier zu sagen, ich trage eine Maske, mir passiert nichts, das ist ja das Gefährliche. Es hieß doch, trag eine Maske, wenn du es hast. Richtig. Ja. Und dann sollst du doch eh nicht rausgehen. Nee, aber du weißt ja zum Beispiel nicht, ob du es hast. Du könntest es schon haben, rumtragen, ohne zu wissen, dass du es hast. Und deswegen, darum geht es ja, ne? Das ist ja der Approach, den sie in Tschechien, glaube ich, fahren, dass da jeder eine Maske tragen muss, eben weil man davon ausgeht, dass jeder ein potenzieller Überträger ist. Ja. Und, ja, wenn das dann halt so ist. Ich habe keine Ahnung. Das sind auch einfach so Themen, keine Ahnung. Also, nee, also wenn es jetzt um Gesundheit oder sowas geht, da vertraue ich einfach mal, dass da jemand ist, der irgendwie schlau ist. Und ich bin gerade ganz ehrlich, das hört sich auch doof an, aber ich bin gerade relativ froh, dass wir da jemanden relativ Besonnenen haben, die sich auch nicht unbedingt sofort in den Stress reden lässt und so unter Druck setzen lässt von anderen Parteien wie die Merkel. Weil die macht das gerade, glaube ich, eigentlich relativ gut, indem sie einfach auch eine Ruhe ausstrahlt und einfach auch ganz tacheles sagt, Leute, ich kann euch nicht sagen, wann ihr die Masken wieder abnehmen könnt oder wann ihr wieder, weil, ja, das lässt sich einfach nicht planen und da hat sie ja recht, ja. Und dann kommen so Bildzeitungen mit so Überschriften, wo ich mir denke, Überschriften in der Bildzeitung war heute, wir wollen wieder raus, wir wollen wieder offen haben. Natürlich wollt ihr das, ihr Idioten, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es geht. Aber auch nur, aber auch nur, weil wir nämlich jetzt an den Punkt angekommen sind, wo die Bildzeitung eigentlich schon längst ein neues Thema suchen würde, weil die ganze Panikmache jetzt nämlich ausgelutscht ist für die und die sich denken, okay, was können wir jetzt machen? Ah, jetzt können wir doch das Gegenfahrwasser benutzen und jetzt einfach dagegen prellen und sagen, hey, wir wollen jetzt wieder raus. Ja, nur ist jetzt halt das Gegenteil, ich meine, man sieht ja ein bisschen in Amerika, wie das Ganze da ein bisschen eskaliert, weil man da ein bisschen später auf reagiert hat. Ich habe heute so eklige Überschriften gelesen, da habe ich gar nicht erst raufgeklickt. New York möchte eine Toteninsel schaffen. Staten Island. Ja, das ist das schöne Message. Das ist halt, ich habe heute irgendwo eine Flugkarte gesehen, das fand ich sehr interessant, einfach wie die Welt damit umgeht. Du siehst überall, wie wirklich überall der Flugverkehr reduziert ist, ja, nur in den USA ist ja wie vorher irgendwie, ja, und das, ach, keine Ahnung, ich, ich, man muss einfach mal abwarten. Jeder, die gedacht hat, passiert was Neues, ne, dass der Johnson jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation liegt, ne, also wir haben gerade erst, ich lege mein iPad-Ding hier wieder weg. Ja, ja. Aber, ja, ja, wir haben gerade erst Dienstag, ne, es kann sein, wenn das Ding hier draußen ist, ich meine, der ist jetzt auf die Intensiv gekommen. Es kann sein, dass, wenn das hier gerade online geht, dass der schon hops ist, ja, dann tut es mir leid, dass wir das jetzt hier so bereden, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, ähm, also ich kenne da jemanden in Britannien, der vielleicht schuld dran sein könnte, dass das Ganze da so eskaliert ist. Best-Case-Szenario ist, äh, er, er gesundet wieder und, äh, nimmt, nimmt die Erfahrung mit. Das ist ja das Dumme, er wird es ja nicht machen. Ja, ja, ich sage ja auch Best-Case-Szenario. Ja, ja. Also, dass er, dass er zu Sinn, wie so ein klassischer Hollywood-Film halt, er kommt zu Sinn. Kannst du dir jemanden wie, wie Trump zum Beispiel vorstellen, der wird krank, überlebt das Ganze? Nein, wenn Trump das übernehmen würde, würde er sagen, ganz ehrlich, ich, ich hab, ich hab einfach den stärksten, schönsten Körper, er hat alles überlebt, ne, Corona kann überhaupt nichts, ich bin ein echter Amerikaner und so weiter. Idiot, 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 Idiot. Nee, keine Chance. Wobei ich auch glaube, dass, 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 durch den Selbstbräuner allein, also Corona, ich glaub, die Menge an Selbstbräuner, die Trump in der Fresse hat, die hält ihn, die hält jeglichen Virus ab. Und deswegen braucht er keine Gesichtsmaske, er hält ja nichts davon, selber eine zu tragen. Nee, nee, nee. Nee. Ich hab noch ein ganz anderes Problem, wenn ich jetzt, ich hab's ausprobiert, wenn ich eine Gesichtsmaske trage, kann ich mein Handy nicht mehr entsperren. Hast, hast du kein, hast du keine Touch-ID? Nee. Du musst dein Gesicht benutzen. Ich muss mein Gesicht benutzen, ich kann PIN eintippen, das ist aber lange, also ich muss vier Zahlen eintippen. Wo lebe ich denn? Wow, Sebi, Alter. Ja, dann kannst du ja auch einfach mal die Zeit, wenn du draußen bist, einfach mal nicht auf dein Handy gucken, weißt du? Ja, aber ich muss doch bezahlen damit, ich muss doch kontaktlos bezahlen. Du hast deine Uhr. Kannst du mit der Uhr nicht bezahlen? Die muss ich ja entsperren, ach Moment mal, das könnte ich ja eventuell machen. Da weiß ich nur gar nicht, wie da das Limit ist. Ich glaube, ich glaube, das zählt nicht mal mehr als First-World-Problem. Das ist, das ist schon wirklich, nee, das ist schon Pseudo-Elite-Problem. Wir werden dazu ermutigt, halt kontaktlos zu bezahlen. Und jetzt. Verschwörungstheorie von letzter Woche, ne, ich sag dir, Bargeld wird abgeschafft. Ja, bitte, sollen sie mal mit den Dollar, mit den Euro-Münzen anfangen. Die sollen die Cent-Münzen behalten, aber die Euro-Münzen abhalten. Weil? Das sind die unnötigsten Münzen überhaupt, weil es doch die 2-Euro-Münze gibt. Warum soll ich denn die 1-Euro-Münze behalten, wenn ich da auch eine 2-Euro-Münze haben könnte? Oder das 50-Cent-Stück, was eh viel schöner ist als Euro. Ey, warum sollte dir jemand eine 2-Euro-Münze im Tausch für eine 1-Euro-Münze geben, Sebi? Ja, keine Ahnung, vielleicht. Aus Mitleid vielleicht, ja, das kann ich verstehen. Ja, oder weil es halt ein gewiefter Banker ist, der da irgendwie Profit draus schlagen will. Indem er dir doppelt so viel zurückgibt. Ja, ich spiele gerade Wehrwolf. Ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß, man hat andere Leute manipuliert, dass sie das Richtige machen. Ja, ja, ist klar. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen beobachtet, Sebi. Respekt, ey, du bist ja immer noch am Leben. In meinem Wehrwolf-Spiel. Ja, also anscheinend gibst du dich da nicht so wie in echt. Also, ich bin total wie ich selbst. Das ist ja voll lustig eigentlich. Dann kennen die die Halle nicht, oder wie? Ja, aber mittlerweile schreiben auch viele, oh, du bist der Sebi von dem Podcast. Aha, ich finde mich eigentlich ganz lustig. Also, die glauben es auch gar nicht, dass ich so vernünftig sein kann. Aha. Naja, auf jeden Fall, wir spielen gerade für die Leute, die es nicht wissen, auf Twitter seit, ich glaube mittlerweile 11 Tagen, angeleitet von unserem Ablagestapler Dirk, ein Wehrwolf-Spiel online auf Twitter. Ja, Wehrwolf ist das Spiel, das, wie heißt das, die Wehrwölfe von Düsterwald? Ja. Ja, genau. Also, es geht darum, du lebst in einem Dorf, das ist in einem Wald, ja, und daneben halt Leute und Wehrwölfe. Und die Wehrwölfe reißen täglich einen Dorfbewohner und die Dorfbewohner sind dessen, sind dessen, der Gefahr durchaus bewusst und hängen deswegen jeden Tag ein, ihre Mitmenschen, ohne zu wissen, wer denn der Wolf ist, mit dem Ziel hat, die Wölfe auszuschalten, ja. So, dann kommen noch Sonderrollen dabei, das ist komplett egal. Auf jeden Fall bin ich noch in diesem Spiel, wir haben jetzt Dienstag, zwei Nächte noch bis Donnerstag, wahrscheinlich bin ich, wenn diese Folge hier läuft, tot. Ja, ich gehe mal ganz kurz davon aus. Falls jetzt jemand eingeschaltet hat, wir reden gerade von Wehrwölfe, nicht von Corona. Sebi stirbt bei Wehrwölfe. Eigentlich kann ich, jetzt spoiler ich dich, wenn ich dir das jetzt erzähle. Äh, ob du ein Wolf bist oder nicht? Ja, verfolgst du das mit Interesse, oder? Nein, nein, es ist mir einfach zu hochkomplex, aber ich würde es gerne raten, ich würde gerne raten. Dann rat doch mal. Ich glaube, du bist ein Wehrwolf. Nee, bin ich nicht. Echt nicht? Nein. Aber du tust gerne so, oder? Nee, ich tue ja überhaupt nicht so. Ich habe nie behauptet, dass ich das bin. Vor allem, ich bin ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich habe meine Excel-Tabelle gebaut. Ich habe mir quasi rote Fäden in der Excel-Tabelle gebaut, mit verschiedenen Gesichtern geguckt, wer wann für wen gevotet hat. Habe dann versucht auszufiltern, das Wahlverhalten der Wölfe herauszufiltern. Und da ist mir nämlich aufgefallen, für wen nämlich die Wölfe nie gewählt haben. Und da ist mir nämlich dann noch eine Kuralensk, eine Parallelität aufgefallen. Ähm, dass das die, die, ähm, äh. Meinst du eigentlich eine Korrelation? Meine ich, genau. Ah, ja, okay. Die, äh, die, die, die Assistenten der Wölfe, da gibt es noch so ein paar Rollen, die auch so ein bisschen, halt auch dementsprechend so abstimmen. Und deswegen hat sich meine Wahl, oder mein engeres Feld, auf vier Leute, die vorgestern noch lebten, ähm, beschränkt, ja. Das sind aber, das sind aber ganz schlimme Anfängerfehler von den Wehrwölfen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, als Wehrwolf muss, muss dir auch bewusst sein, dass du zu einem gewissen Maß auch, auch leider einen deiner Wehrwölfe mal opfern musst, um, um das Wahlverhalten der Gruppe zu stärken. Ja, sollten sie, ich, ich versuche das halt auch noch auszufiltern, ja, und, ähm, also, es ist so eine Mischung aus Bauchgefühlen und einfach Excel-Ergebnis, was da ausgespuckt wird, ja. Also, Excel-Tabelle sagt, vier von diesen Leuten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Wölfe sind. So, von diesen vier sind schon zwei jetzt gehängt worden, einer war ein Wolf, einer nicht. Ist ein gutes Trefferergebnis, sag ich mal, ja. Also, wie, wie hat's angefangen, wie viele wart ihr insgesamt? Äh, 32, glaube ich. Wie viele Wölfe? Sieben. So, und wir haben jetzt noch zwei lebende Wölfe bei sieben Spielern. Also, sie sind ungefähr bei der Hälfte des Spiels eigentlich, ne, weil, ist wahrscheinlich nicht auch so. Nee, wir sind fast am Ende, wahrscheinlich ist es morgen zu Ende. Äh, es gibt nämlich ja noch den Wehrhamster, der ist ja auch eine sehr, ähm, interessante Rolle in diesem Spiel, und zwar verfolgt der Wehrhamster sein eigenes Spiel, irgendwie sein eigenes Ziel, und, äh, ich hab nicht genau verstanden, was er macht. Auf jeden Fall gibt es den. Ja, das ist rassig. Ja, der, 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 der Dirk ist da schon echt kreativ. Wollen wir direkt noch beim, beim kreativen Thema vom Dirk bleiben und, und über unseren unfassbar lustigen Samstagabend sprechen? Ja, der war lustig. Ja, gut, erzähl. Tu doch nicht so. Das hat dir doch genauso Spaß gemacht. Ja, war gut. Ne, also für die, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, äh, der Dirk hat uns, ähm, am, am, am Samstagabend, äh, dazu eingeladen, per Skype-Konferenz, ähm, äh, live ein Spiel zu spielen, und zwar haben wir, wer waren wir denn, äh, das war der Intro-Bayern, du, ich und der Robert vom Podcast, äh, von, von, welchen Podcast? Von allen Podcasts, von allen. Er hat auch zig, hab ich gehört, ne? Äh, ja, auf jeden Fall hat der Dirk uns eingeladen und hat mit uns ein paar Spiele gespielt, und zwar im Stile von Taskmaster, einer britischen Serie, wo, wo Comedians sich gegenseitig in ein Haus stellen und verschiedene Aufgaben kriegen und die lösen müssen. Und wir haben das vor der Webcam gehabt und, äh, das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, ne? Also es war, äh, ich, ich, ich weiß nicht mehr, weil ich das letzte Mal in meinem Leben so schlechten Karten auch zusammengebaut habe, äh, was ich auch nicht geschafft habe, aber es hat so Spaß gemacht und der Bayer hat gewonnen, ne? Ja, das werden wir auf jeden Fall auch wiederholen. Ich hab mega Lust darauf, dass wir das nochmal machen. Also ich, ich glaube, wir haben da eine, wir haben da eine Goldgrube gefunden, ich sag's dir. Wir werden am kommenden Samstag, das ist der, wir müssen Saaten sagen, der, der Elfte, der Elfte, am 11.4. wird es die zweite Folge von Lampelouser geben, und zwar dem Online-Spiel, acht Spiele, die, äh, in der sich vier Lampen durdieren und. Sind's acht? Ist acht die, 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 die Kennzahl bei uns jetzt? Ja, wir haben acht beim letzten Mal gemacht, das war eine gute Zeit. Okay. Acht Spiele, in der wir uns gegenseitig duellieren und diesmal moderiert vom Bayer, moderiert heißt auch, dass er sich die Spiele ausdenkt. Wir wissen wirklich nicht, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin sehr gespannt. Auch, hab ein bisschen Angst beim Bayer, man weiß es ja nie. Es könnte sehr persönlich werden, ne? Vielleicht. Ja, 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 wahrscheinlich wieder irgendwas mit ausziehen. Ich behalte mir auch vor, wenn es mir persönlich zu beleidigend wird oder ich dazu genötigt würde, andere Leute zu beleidigen, dann werde ich aussteigen. Aussteigen oder einfach nur stumm sein? Du kannst ja die Runde aussetzen, einfach, oder? Also, ich kann mich an Spiele erinnern, die er schon mal für mich gemacht hat. Deswegen weiß ich halt nicht genau, wie das Ganze dann da laufen wird. Junggesellenabschied? Vielleicht, ja. Ah, nee, ich glaube nicht, dass er so weit gehen würde nochmal. Wobei, so ein paar, so kleine Bits sind ja auch schon von Dirk gefallen da, ne? Warten wir mal ab. Aber ganz ehrlich, bist du auch schon dabei, dir die acht Spiele auszudenken, die du, falls du mal gewinnst, machen willst? Ich hab schon längst meine Liste. Erstmal bin ich ja mega enttäuscht überhaupt von dir. Ja. Ja, generell von euch allen. Weißt du, das letzte und entscheidende Spiel war das Superspiel Wonderwall. Oh Gott, weiß ich nicht. Es ging darum, dass in einer Reihenfolge jeder quasi das nächste Wort des Liedtextes von Wonderwall aufsagen musste. Also, einer hat angefangen, da musste der Nächste das nächste Wort sagen und so weiter und so fort. Und der, der ein falsches Wort sagt, fliegt raus. So. Und wer hat gewonnen? Ich. Und wer ist nach der ersten Runde rausgeflogen? Alle. Alle anderen. Alle anderen. Keiner von euch schafft die erste Strophe aufzusagen. Ich weiß nicht, was da für ein bedammter Brainfart in dem Moment war. Also wirklich. Ich hab das Lied danach die Gitarre in die Hand genommen und ich hab das Lied nochmal gespielt und es war überhaupt kein Problem, das nochmal komplett zu singen. Es war überhaupt kein Problem. Aber in diesem Moment, da war ich einfach durch. Ruhig. Vielleicht war es die Unordnung, die ich in meinem Zimmer dadurch geschaffen habe, durch die Runde davor. Weißt du, wenn wir die ganzen Sachen zusammen sammeln. Aber, ähm, ja, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, ihr könnt euch übrigens, die alte Folge ist noch bei YouTube online, also die kann man sich noch angucken im Kanal vom Ablagestapel. Mhm. Da könnt ihr mal reingucken und dann habt ihr wunderschönen Abendunterhaltungen. Dauert etwa eineinhalb Stunden, kann man sich echt angucken. Ist fast, wir wetten das. Die Quali ist noch ein bisschen schwach, aber wir werden auf jeden Fall dran arbeiten. Ja, die Qualität war voll gut. Ja, total. Ja. Hey, für ein Internetsender, hast du mal Rocket Beans geguckt, was die für einen Scheiß machen? Hast du schon mal Rocket Beans gesehen, Sebi? Womit kennst du dich eigentlich besser aus? Rocket Beans oder Star Wars? Rocket Beans. Nenne drei Moderatoren von Rocket Beans TV. Matthias? Falsch. Etienne? Ja. Ähm, der Asiate. Keine Ahnung. So. Ja, auch wieder ein super Beschreibungstext eigentlich. Gut. Ja, Sebi. Ja, das sind wir. Du drehst auch so ein bisschen langsamer Rad, ne? Deswegen, ich hab mich echt gefragt, hast du, wie viele Tage bist du jetzt in Quarantäne? Du twitterst ja jeden Tag einen Tagesdruck. Äh, das ist mein 17. Tag Homeoffice, also ich bin jetzt in der vierten Woche plus Wochenende halt, ne? Und Quarantäne ist ja auch relativ, ich geh ja auch raus mit dem Hund, ja? So ist das ja halt. Naja, trotzdem. Am Wochenende dachte ich mir halt auch, komm, es ist schönes Wetter, ich hab mich mit meiner Frau ins Auto gepackt, mit dem Hund und wir sind ins Bergische gefahren, da wirklich aufs Land, wo keine Sau ist, ja? Dachten wir, da war ein Wanderparkplatz und der Parkplatz war einfach nur mega voll und da waren bestimmt 30 Kölner Kennzeichen, die alle die gleiche Idee hatten. Alles Idioten, alles Idioten. Alles Idioten außer ihr, ne? Alles Idioten, ja, weil die sind ja dann die Wanderwege langgegangen, wir sind querfelde eingegangen, ohne den Menschen zu folgen und so. Und wir dürfen ja, wir hatten ja einen Hund dabei. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Was da jetzt aber auch wirklich auch auffällt, ja? Meinst du, ist das so eine Regel, mit der kann man durchgehen, von wegen lass uns durch, wir haben jemanden, der kacken muss? Ja, klar, Hund muss raus. Ja, ja, ja. Muss ja, so. Klar, wenn ich jetzt richtig Quarantäne hätte, also von wegen angeordnet, weil ich wirklich krank bin, dann muss eine Lösung gefunden werden. Sicher, sicher, sicher. Aber ich meine, bist du ja trotzdem reduziert auf deine Wohnung, bis auf diese kurzen Ausflüge. Und er benutzt schon wieder Handcreme. Sebi. Ja, weil die Hände trocken sind. Siehst du, siehst du? Ja, auf jeden Fall. Vor allem meine Handrücken. Die Handflächen sind eigentlich voll okay, aber die Handrücken, die sind sehr trocken. Darum muss ich immer die ein bisschen einbringen. Ja, das ist nämlich, weil die Sonne, weißt du, beim Arbeiten, die ganze auf deine Hände scheint jetzt wahrscheinlich. Ja, genau daran liegt. Sebi, hast du schon irgendwelche Verhaltensänderungen an dir mitbekommen? Würdest du sagen? Bin gereizter, du Idiot. Ja? Ja, das kann ich voll nachvollziehen, Penner. Ach, keine Ahnung. Nee, das ist, also irgendwie, jetzt mal so voll serious talk und so, ja, ich komme so ein bisschen vor, an sich ist gar nicht alles anders wie vorher, weil vorher war ich halt auch arbeiten und ich bin nach Hause gekommen und habe nichts anderes gemacht, ja. Also eigentlich mache ich gerade gar nicht viel was anderes als davor, aber irgendwie, irgendwie ja doch. Also ich weiß nicht, was anders ist. Ich kann nicht in mein Restaurant, mir fehlen die Rahmen. und ich berahme es. Ja, das tut mir leid, natürlich. Aber machst du die doch einfach selber. Nee. Das geht ja nicht. Okay, weil? Weil man das vom Geschmack gar nicht so hinbekommt. Ja, irgendwer kriegt es ja auch hin. Ja, die mit ihren Massen als Glutamat. Ja, dann kaufst du dir halt Glutamat. Ja, aber ich habe doch gar nicht die Dosierung und ich habe doch gar nicht die Zeit, so einen blöden Schweinefuß zehn Stunden auszukochen oder so. Natürlich hast du zehn Stunden Zeit, einen Schweinefuß auszukochen, wenn du morgen aufstehst, den Topf ansetzt und abends nach der Arbeit das Ding wieder ausmachst. Weißt du, was es kostet, so einen blöden Topf zehn Stunden anzumachen? Gar nicht so viel. Herdplatten sind nicht so schlimm, wie du denkst. Ich habe Induktionen, der ballert hier rein wie sonst. Ja, aber hallo. Dann machst du auch nicht zehn Stunden, dann machst du zehn Minuten, ey. Noch schnell Kopfdorf drauf und dann zack. Immer schön auf Stufe B. Stufe B ist nämlich über Stufe neun. Boost, ne? Stufe Boost. Wahrscheinlich. Ja. Oder Boil. Boil? Du hast neun Stufen, die nicht für Boil stehen, aber nur Stufen zehn ist für Boil? Neun kann auch boilen, ja. Was kann denn Boil besser als neun? Boil macht extrem Boil. Ah, okay. Also wenn ich da boile, hier einen Liter Wasser auf Induktion und dann auf Beil, dann braucht man 30 Sekunden Dampf. Da muss ich aufpassen. Induktion ist schon echt schnell. Okay, ich merke schon, also ich, ja, zum Thema Serious Talk, ich glaube, was bei mir sich momentan eigentlich am meisten zeigt, das ist, glaube ich, etwas, das hast du einfach gerade nicht. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich ein bisschen betrifft, ist, so langsam fühlt man sich wirklich ein bisschen alleine. Du hast nur deine Nachbarn, wo du andauernd hängst. Ne, also ja, ich kann da nicht andauernd abhängen, die sind ja auch noch am Arbeiten und sonst was und die sind auch schon angespannt, natürlich. Deswegen kann ich dir auch nicht auf den Sack gehen, aber man ist tatsächlich alleine. Also für die, die jetzt in Quarantäne sitzen, also in Halb-Quarantäne, ich nenne es mal Halb-Quarantäne und die alleine wohnen, ist das echt langsam anstrengend. Kann ich nachvollziehen, denn ich glaube, das sind auch die Ersten, die wirklich am Rad drehen werden. Kann sehr gut sein. Also bisher haben wir ja nur Witze darüber gemacht, dass natürlich die Großfamilien und so weiter, die müssen ja irgendwann durchdrehen, wenn sie sich gegenseitig auf den Sack gehen und so weiter. Aber was ist mit denen, die alleine sind? Und das Schlimme ist, ja, ich hab ja noch so einen anderen Nachbarn, ne? Ja, was macht der eigentlich? Ja, der macht Business as usual, Alter. Ah, der geht schön zum Kiosk, runterholt sich sein Bier. Oh, der hat zu jeder möglichen Uhrzeit, also du kannst ein bisschen, das ist ein bisschen wie Bullshit-Bingo bei uns im Haus Zulu, du kannst halt je nach Stockwerk immer so raten, ob da eine Flasche steht oder nicht. Ah. Und der klingelt dann gerne mal um 11 Uhr oder so, stockbetrunken und labert dann voll. Richtig schön. Ja. Ja, will auch immer Hände schütteln und so, darf er aber nicht. Ich würde die Polizei rufen. Meinst du, weil er in der Quarantäne durchbricht? Ne, weil er um 11 Uhr klingelt, wer klingelt denn bitte um 11 Uhr? Das ist eine richtig deutsche Aussage, Sebi. Aber ich muss sagen, das hättest du auch vor der Quarantäne schon gesagt. Ich, ganz ehrlich, ich würde, ja sowieso, ich gehe doch nicht, ich gehe doch nach 8 Uhr nicht mehr bei meinen Nachbarn klingeln. Das ist richtig, ne? Das ist richtig. So wie ich nicht will, dass nach 8 Uhr bei mir geklingelt wird. Jetzt mal ehrlich, also wirklich ein Notfall, ja? Ja, aber hier, wenn ich hier ein Paket liegen hätte für die Nachbarin, ja? Und die klingelt um 9 Uhr, da wäre ich ziemlich angepisst. Ja, aber du bist genauso höflich, dass du es ihr nicht zeigen würdest. Ich würde das Paket jetzt wegen Kontaktverbot einfach das Treppenhaus schmeißen. So wie es der DHL-Paket-Typ gerade auch macht. Es ist lustig, wenn du Pakete von DHL jetzt bekommst, die kommen alle an. Ich habe noch nie so viele Pakete, die ich jetzt bekomme. Nee, ich musste meine tatsächlich schon bei der Packstation abholen, weil er sie einfach eingeliefert hat. Hm. Aber heute kam der Amazon-Lieferant bei mir an. Und weißt du, was der sich gedacht hat? Ich gehe mal auf Nummer sicher und klingel einfach fünfmal hintereinander. Ja. Das ist eine super Sache, vor allem wenn man gerade mitten in der Telco ist. Richtig gut. Richtig gut. Vielleicht macht er das ja immer. Ja. Ja, komm. Mittlerweile sitzen ja alle in ihren Telcos da zu Hause. Ja, das ist glaube ich jedem bewusst. Ist ja andauernd. Da klingelt es überall und im Hintergrund klären die Kinder oder dann klingelt es halt da hinten oder. Du kannst ja wohl wirklich nichts dafür, wenn deine Tür klingelt, ne? Nein. Vor allem wenn sich. Scheiße ist halt, scheiße ist nur, wenn keine Quarantäne ist und du eigentlich im Büro sitzen solltest. Dann sollte sowas nicht passieren. Scheiße ist auch, wenn die Türklingeln sich von den Kollegen so anhören wie, badam. Verstehst du? Ah, 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 ah. Ja? Das Netflix-Geräusch. Badam. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Sebi guckt raus. Sebi sonnt sich jetzt ein bisschen. Ja, die Sonne klopft sich hier rum. Er hat so langsam die ersten Sorgenfalten um die Augen. Man merkt schon. Ja, das ist auch alter. Ich hab mich heute wieder daranisiert. Das ist ein bisschen platt. Ja, ich bin kurz davor. Also ich, ich, äh, man sieht's, ich bin, ich bin voll buschig, ne? Also meine Haare sind auch, kotzen mich auch ziemlich an. Ich werde, ich werde heute tatsächlich zu meinem Rasierer greifen und mir die Seiten abrasieren. Einfach nur, weil ich, äh, nicht zum Friseur gehen kann. Ja, ich geh ja auch nicht raus, deswegen ist mir das egal, ja? Ja. Ich hab mir nur so meine, mein, mein Bart halt so ein bisschen mal wieder so zurecht, damit der, weil der hing schon wieder über dem Mund. Das ist zu lang, ja? Ja, ja, klar. Da musst du, musst du trimmen. Das ist immer trimmend. Deswegen hat man da so ein bisschen getrimmt und so, ne? Ähm. Außerdem hab ich, ich hab immer Probleme. Ich hab ja, ich bin ja ein bisschen schädlich. Ich hab ja quasi ein kaputtes Auge und ein okayes Auge, ja? Ich hab ja hier auf dem einen Auge, äh, minus sieben Dioptrien, auf dem anderen minus eins. Also auf dem einen seh ich gut, auf dem anderen schlecht, ja? Und, und das ist doch... Warte mal, minus sieben und minus eins heißt, wird das doch eher heißen, dass du auf einem schlecht und auf dem anderen schlechter siehst? Ja. Okay. Im Verhältnis gesehen, das ist alles eine Sache der Perspektive, verstehst du? Ja. Auge. Aber genau, so. Aber, ähm, das ist halt beim Rasieren sehr doof, weil, gerade wenn du so seitlich in den Spiegel guckst, ja, dann guckst du ja mit einem Auge mehr in den Spiegel als mit dem anderen, ja? Und vor allem an meiner rechten Seite guck ich dann halt mit dem rechten Auge mehr in den Spiegel und da seh ich einfach schlechter, ja? Und da hab ich dann wirklich einfach Probleme auch, ähm, gerade zu ziehen oder halt die Stellen richtig zu treffen. Aber hast du denn mal überlegt, dir einfach so einen Schminkspiegel, äh, so als Winkel daneben zu stellen, um dann halt, wie es die Profis machen, so durch drei, vier Spiegel durchzugucken, um dann irgendwie das nicht, der dann doch irgendwie die Haare hinten im Nacken zu rasieren? Könnte ich auch. Ich hab mir heute einfach mal den eiferen Trick gemacht und hab ein Geodreiegel und Kajalstift genommen und hab mal angezeichnet. Warum nicht? Kreativ. Kreativ. Und ich glaub, das ist, das ist ganz okay geworden, also der Kajal, der sehr... Mach mal Kopf hoch, mach mal Kinn hoch. Ja, das ist, das ist doch ein ordentlicher Schnitt, kann man mal sagen. Also unten, unten hab ich weniger Probleme als vor allem an den Wangen, ja? Das, das ist dann... Ja? Ich hab da oft so Ecken drin. Guck mal nach links. Und jetzt nach rechts. Ja, solide Schnitt, solide. Ja, das ist solide, ne? Solide. Also ganz ehrlich, der Bart sieht fliegt da aus als der von Bömi. Immer dran denken, ich mach's mit einem Messer, ja? Und das kommt ja auch noch dazu. Und ich hab mich bis heute, ich rasier mich jetzt seit vier Monaten mit einem Messer und ich hab mich bis heute nicht geschnitten. Ich bin echt stolz auf mich. Ich frag mich, ob es leichter oder schwerer ist, sich wirklich mit dem Messer zu schneiden. Ähm, eigentlich leichter, weil du echt diese Ansätze geiler ansetzen kannst. Nein, ich mein, ob es schwieriger ist, sich damit zu schneiden? Es ist, nee, einfach. Es ist sau einfach, ja. Ich weiß genau, wenn ich das Messer jetzt anders halten würde, dann hätte ich mich geschnitten. Vielleicht ist es ganz gut, dass du dich nicht abends um neun rasierst, wenn die Nachbarn klingeln. Das wäre vielleicht eine böse Kombination. Ich hab's heute Morgen um halb sieben gemacht. Das ist auch eine blöde Kombination, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast und am liebsten noch im Bett liegen willst. Ja, vor allem, du bist ja auch nur zu Hause, ne? Aber ich mein, also hast du dich jetzt nur rasiert, um so ein bisschen Alltag, so ein bisschen Struktur reinzubringen, sagst du? Ich hatte die Wahl entweder, um die Unterhose anzuziehen oder mich zu rasieren. Ich hab mich für rasieren entschieden. Dann bleibt doch bitte sitzen, während wir weiter aufnehmen. Mach ich. Alles klar. Ja. Ostern steht vor der Tür, Sebi. Oh ja. Oh ja, Ostern. Wie sieht denn jetzt eigentlich Ostern bei euch aus? Ähm, ja, nix. Erstmal ist mein Urlaub gestrichen. Also eigentlich wollte ich nach Holland fahren und hatte da Häuschen und so gebucht. Das konnten wir jetzt zumindest mal umbuchen auf Ende Mai. Wobei ich da jetzt noch immer ein bisschen bezweifle. Ja, das könnte kritisch werden, ne? Warten wir mal ab. Ähm, darum, ja, kochen wir jetzt halt lecker zu Hause. Ähm, das Lustige ist, ich glaube, ich muss innerfamiliär noch ein bisschen was klären, weil meine Mutter mich gestern angerufen hat und mir nur mitgeteilt hat, dass Ostern dieses Jahr dann ausfällt. Mhm. So, und ich dachte mir nur... Diesen Anruf hatte ich auch die letzte Woche. Ja, aber ich dachte mir dann nur, ja klar, sollte ich nochmal anrufen und das bestätig. Ich wäre sowieso nicht vorbeigekommen und ich glaube, da war ich so ein bisschen beleidigt. Das ist genau dasselbe Telefon, das ich geführt habe. Ja. Meine Mutter kam noch mit dem Satz von wegen, ähm, ja, weil Bahnfahren und so ist ein bisschen kacke und so jetzt, ne? Aber ich meine, wenn du dir vielleicht ein Auto leihen würdest und dann hochfährst, ich so, Mutter, nee, das ist ja nicht, das ist ja nicht das Thema, ne? Also, da muss ich leider... Ja, es geht ja gerade darum, die Leute zu schützen. Natürlich ist das scheiße, dass sie ihre Schnuckis nicht da Ostern um den Tisch da haben und bekochen können, ja? Vor allem ist bei uns Ostern echt was Großes. Also, Ostern ist bei mir in der Familie tatsächlich, das kannst du so ein bisschen vergleichen wie mit einem amerikanischen Thanksgiving. Also, so wichtig ist das für unsere Familie tatsächlich. Weil du Pole bist. Äh, vielleicht ein bisschen? Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in Polen Ostern immer wichtiger ist als Weihnachten tatsächlich. Ja, weil, weil Katholizismus und, äh, Ostern, Ostern ist auch das größere Fest als Weihnachten. Aus der katholiken Sicht. Möglich, möglich. Ist so. Okay. Ist so. Ist so, ist so. Ist so. Katholizismus finde ich übrigens auch gut. Äh, Katholizismus ist aber wiederum was ganz anderes. Ja, ich schreibe mal Katholizismus ist der Titel. Katholizismus. Boah, ist immer heute spaßig drauf. Katholizismus. Der Katholizismus. Ja, Sigi, ich habe, äh, eine andere Sache. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, äh, ein bisschen Pech haben, ne? Wird das Wort des Jahres sicherlich Corona, ne? Welches wir übrigens vor, äh, 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 vorletzte Folge oder letzte Folge nicht einmal genannt haben, ne? Aha. Das kann sein. Ich habe dich reingehört. Also, wenn wir wirklich Pech haben, wird, äh, wird das das Wort des Jahres. Vielleicht sollten wir jetzt schon mal anfangen, uns überlegen, mal irgendwie das Wort des Jahres vielleicht zu steuern. Weil das, ich glaube, alle nehmen es sich immer vor, jedes Mal, wenn sie das Wort des Jahres hören, äh, sich zu denken, so, Mist, warum habe ich nicht gegengesteuert? Vielleicht sollte man jetzt, wenn man gerade aktiv dran denkt, wirklich versuchen, gegenzusteuern. Katholizismus. Äh, Katholizismus wäre vielleicht ein Wort, ja. Ansonsten kann man ja auch nur irgendwas mit Corona schon machen. Also irgendwie, keine Ahnung, wir können es ja, Hamsterkauf, haben wir, sind Wörter des Jahres, müssen das immer Neuschöpfungen sein? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Da kann es der Hamsterkauf sein. Da habe ich gute, ich würde viel auf den Hamsterkauf sein. Ah, okay. Weil man hat diesen Begriff ja gar nicht mehr so lange gehört. Und ich glaube, das ist ja auch so ein typischer deutscher Begriff. Ich glaube nicht, dass du in, in, in England, was heißt ein Hamster, auf Englisch? Nee, im Englischen, also, das gibt's, äh, Prepmaster, ja. Ja. In Amerika sind es die Prepper. Ja, aber dann kommt es ja von, von, dann kommt es ja von, von Be Prepared, ja. Richtig, aber das ist ja sehr, was der Hamster macht, ne? Auch wenn der Hamster, glaube ich, einfach nur, keine Ahnung, also, es gibt ja, was viele nicht wissen, es gibt ja auch Hamster in der freien, in der freien Wildbahn, ne? Fragt sich nur, wo, keine Ahnung. Ähm, aber, aber die, 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 die stopfen sich halt als ins Maul, um zu überleben. Ja, würde ich auch, wenn ich in der freien Wildbahn leben würde. Wärst du ein Hamster? Kann ich mir gut vorstellen. Nee, dann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, warum denn nicht? Äh, ich würde eher Eichhörnchen sagen. Eichhörnchen? Wegen dem langen Schwanz. Ja, äh. Ja, im Vergleich zum Körper, ne? Genau. Genau, okay. Sebi. Drei Fragen, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Oh, ich freue mich drauf. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Okay, drei Fragen, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Und zwar, äh, heute wieder mit freundlicher Unterstützung meines Lieblings-Subreddits AskReddit. Ja. Aber, aber, aber ich habe gute Sachen rausgefunden, wo ich mir dann denke, ja, darüber kann man wirklich mal... Ich habe letztendlich aufgefordert, wegen dir AskReddit zu gucken. Einfach nur, weil du Angst hast, dass da Sachen... Weil ich keinen Bock habe, gespoilert zu werden. Ah, verstehe, verstehe. Okay. Ja. Was, was ist denn dein Lieblingslied von deiner meistgehassten Band? Mein Lieblingslied von meiner meistgehassten Band? Ja. Also das muss es ja auch geben, meiner Meinung nach. Also du meinst so ein Hassliebesong. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich bin Ärzte-Fan, ja? Und deswegen hassen wir die... Und ich sage, ne, und ich sage, Männer sind Schweine, ist ein scheiß Lied. Das hasse ich von denen, ja? Aber die Ärzte, mein Lieblingsband, aber Männer sind Schweine, ist ein scheiß Lied. Ja, andersrum muss es ja auch geben, dass es eine scheiß Band gibt. Aber dafür musst du ja eine scheiß Band erstmal haben, die dich so sehr mindfuckt. Ja, bei mir könnte ich zum Beispiel sagen, also als Beispiel wäre es zum Beispiel Bandmusiker in dem Sinne vielleicht dann eher Justin Bieber, ja? Aber ich muss sagen, ich kenne die Dieder nicht, aber in der letzten Zeit laufe ich im Radio viele Dieder, wo ich mich dabei erwische, wie ich dann doch so ein bisschen mitwippe oder mitsinge. Ja, ich verstehe, verstehe. Also so eine Hassliebe halt. Ich glaube, sowas, was früher sehr viele Leute mit Tokio Hotel hatten. Also alle haben sie Tokio Hotel gehasst, aber sie konnten alle durch den Monsun auswendig, weil das, was du hast, was du wirklich von Herzen hast, das kennst du dann auch wiederum. Naja, ich verstehe, okay. Also zu einer Zeit war es definitiv Tokio Hotel durch den Monsun, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber sonst, welche Band hasse ich denn jetzt? Bei welcher Band? Oh, aber ein Song, den ich trotzdem mag, sagst du? Hm? Hm. Also mir fällt gerade eine Band ein und mir fällt kein Song ein von denen, den ich jetzt großartig feier tatsächlich. Ähm. Ich kann Green Day nicht mehr ab, deswegen kann ich nicht mehr leiden. Hm. Aber da ist noch was zu gründen. Es ist, oh, das ist mir einfach, es wurde einfach irgendwann zu repetitiv, weißt du? Das ist irgendwie, jeder Song klang irgendwie nur noch gleich und du hast richtig gemerkt, wie das irgendwie, wie so eine, wie so eine, ähm, wie so eine Formel gefunden wurde, wie sie ihre Songs schreiben und nach der halt weiter abgearbeitet wurde, deswegen. Ähm, aber ansonsten, oh, wenn es die ich hasse, boah, hätte ich nicht gedacht, dass die Frage dich so, mir wäre jetzt noch Helene Fischer eingefallen, atemlos durch die Nacht finde ich genial, aber Helene Fischer ist halt schade. Ihr habt nichts gegen Helene Fischer, hätte ich gesagt. Ich hab, ich hab einfach nichts gegen sie. Ach, es muss wahrscheinlich irgendwie Pop sein, ne? Ja, vielleicht. Muss ich drauf zurückkommen irgendwann, muss ich irgendwann drauf zurückkommen. Okay, wir kommen drauf zurück. Wookie. Ja. Ähm, ich hab heute Disney Plus geguckt, ja, und wir hatten letzte Woche schon das Thema gehabt, ähm, dass, dass man zutiefst beleidigt wird von Disney Plus, wenn man gefragt wird, ob man das Gummibären-Banden-Intro skippen will, ja. Ich hab das gleiche Endlich gerade bei den Simpsons, ich versuche gerade alle Simpsons-Folgen durchzugucken, ich bin jetzt in der zweiten Staffel endlich angekommen, aber macht man halt so nebenbei, aber trotzdem guck ich mir auch jedes Intro an. Der Button kommt zwar jedes Mal, aber ich guck mir jedes Intro an. Bei welcher TV-Serie wärst du denn auch beleidigt, wenn du das Intro skippen müsstest? Wenn ich das Intro skippen müsste? Oder andere, ja, wo würdest du kein Intro skippen? Niemals, selbst wenn du die Gelegenheit dazu hättest. Hm. Hm. Dr. Haus. Oh ja. Ich stehe einfach auf diesen Song, Teardrops ist so gut und das, das, das bringt einen so richtig in den Mut, weißt du? Ja. Und deswegen. Äh, im deutschen Dr. Haus hat er auch irgendwann eine andere Melodie bekommen, weil die irgendwie Copyright-Probleme mit dem Lied hatten. Ich dachte, das wäre in der ersten Staffel, glaube ich, ein anderer Song gewesen. Und dann haben sie Teardrop reingemacht. Ne, ich glaub, Teardrop war das und das mussten sie halt irgendwann so was ähnliches machen hier im deutschen, glaube ich. Oder vielleicht sogar international, weiß ich gar nicht. Weil es dann dann auch doch irgendwelche Copyright-Probleme gab. Ja, aber ich fand, aber dieses Intro war einfach so gut. Also, dieser Song ist einfach so gut. Ja. Es ist jetzt auch kein Song, den du beim Autofahren hören kannst oder so, weißt du? Den kannst du eigentlich nirgendwo hören, außer vielleicht noch als, nee, nicht mal das, also als Sonntag-Mittag-Wecker. Also, wenn du sicher gehen willst, dass du nicht nach zwölf aufstehst, weißt du, dann machst du dir so einen Song an als Wecker, als Klingelton, der, 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 der dich jetzt nicht rausreißt oder so, sondern ganz geschmeidig vielleicht weckt, dann kannst du Teardrop machen. Und ansonsten kannst du den nirgendwo hören. Ja, doch, vielleicht mit Lachgas vor dem Subwoofer oder so. Mein Ding wäre, was ich so mir anhören würde, wäre Doctor Who, das Intro. Das, das habe ich nie geskippt. Ich habe lange kein Doctor Who mehr geguckt. Ich habe Doctor Who nie gesehen, das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber das hat ein ganz, erstmal hat jede Staffel das Intro ein bisschen abgewandelt gehabt, je nach Doctor wurde das Intro halt ein bisschen angepasst, auch die Melodie. Ja. Es war grundsätzlich immer die gleiche Melodie, aber das war immer ein bisschen anders. Kannst du die mal vorsummen? Es gibt ein 15 Minuten Video bei YouTube, wo halt alle Doctor Who in Trost seit den 60er-Jahren bis heute hintereinander geschnitten sind. Man sieht einfach auch, wie viel Efforts da mittlerweile einfach reingesteckt wurden, um so Lieder auch weiter zu modellieren und weiterzumachen, ja. Ach, Probe-Hymne. Ich spiele Animal Crossing, man kann da seine Insel-Hymne auch einstellen, das ist voll toll. Hast du sie selber geschrieben? Äh, nee, ich mache halt immer, versuche immer irgendwie andere Sachen zu machen. Das ist ein bisschen tricky, weil du kannst halt 16 Achtelnoten quasi oder 16 volle Noten einstellen, ja, und halt eine Note halt opfern, um halt quasi das Ziehen einer Note noch lang zu ziehen, weißt du? Also du hast 16 Positionen und du kannst halt eine Note verlängern, indem du die Position dahinter quasi sagst, halte diese Note. Ich habe direkt die Melodie, die ich nehmen würde. Welche denn? Gibt's bestimmt. Ich habe, mein erstes Ding war die kanadische Nationalhymne, dann habe ich Never Gonna Give You Up reingemacht, jetzt habe ich Viva Colonia drin. Und das Lustige ist halt, gar nicht Viva Colonia, sondern hier, Trümmelchen, Kölle Alaf hier, ja. Kölle Alaf, Alaf. Ja, ja, sag mir was. Richtig. Und das Lustige ist ja, bei dem Spiel, es kommt immer wieder, wird das eingespielt halt, aber vor allem, wenn du mit den anderen Charakteren redest, kommt das halt so in die Musik halt eingespielt, so ganz unterschwellig. Aber was auch gut ist, ist zum Beispiel, dass die Turmuhr von meinem Haupthaus zur jeder vollen Stunde eben das Glockenspiel, eben auch diese Melodie spielt. Und so kleine Späßchen. Und das ist schön. Das ist schön. Ich habe übrigens meinen Song gefunden, tatsächlich. Was denn? Es gibt eine Band, mit der ich einfach nichts anfangen kann. Also ich würde sie jetzt nicht hassen oder so, aber es ist wirklich eine Band, wenn sie auf Spotify bei mir in der Liste läuft, würde ich sie immer skippen. Außer bei einem einzigen Song. Welches? Rolling Stones. Ich kann nicht viel mit den Rolling Stones anfangen, tatsächlich. Ah, ja. Ja, aber Gimme Shelter. Gimme Shelter mag ich tatsächlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich diesen Song einfach in jedem Kriegsfilm je gehört habe, den es je gab. Aber der ist einfach, der ist einfach gut, der Song. Ja. Aber ansonsten kann ich nicht viel. Das ist dieser typische, der kann ich jetzt nicht, nee, kann ich nicht. Ja, dieser Britrock halt, ne? It's just a shot away. It's just a shot away. Hey. Oh fuck, ich verpasse das Quiz gerade. Oh Mann. Oh, Sebi. Wochensieg vorbei, ne? Ja, ich mach's gerade an, so nebenbei. Also, ja, kann ich aber verstehen. Ja, also, nee, kann ich nicht viel mit anfangen. Also, ich weiß nicht. Vielleicht auch zu der Zeit war es ja auch so ein bisschen so, stehst du auf Beatles, auf Rolling Stones oder, ja, passt das überhaupt noch zeitlich? Ja, wie ein 80er-Popper oder Rocker. Ja, richtig, weißt du. Oder in den 90er ein Hip-Hopper oder Trancer oder so. Ja, ja, ja. Okay. Warum hassen sie sich mal, Alter? Das ist immer so schlimm, ne? Weil Hass ist ja auch fördernd und Hass fördert ja auch die Kreativität. Hm, dritte Frage. So, jetzt bin ich wieder ganz auf der Spur, weil jetzt hab ich das nämlich aus meinem Kopf raus. Dritte Frage. Ja. Du kennst die Serie Young Sheldon. Ja. Da wird quasi die Kindheit einer, also man kennt sie, du kennst sie von Namen. Da wird die Kindheit von Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory halt quasi drin behandelt, ja? Von welcher anderen? Für mich ist das so, ist das Genre, nenne ich mal, Möchtegern. Malcolm in the Middle. Von welchem anderen Serie, von welchem anderen Seriencharakter hättest du denn gerne so eine Kinderserie? Also von welchem, egal welche Serie, von wem würdest du gerne mal dann eben diese, diese Rolle als Kind in einer Serie erleben? Egal, ob gezeichnet oder, oder echt oder sonst was, oder? Ja, hau irgendwas raus, ist mir egal. Morty. Und Rick. Morty? Als ein noch kleineres Kind? Ja. Ja, weil, also, also es muss Morty als Baby sein, weil, 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 ich glaube, Rick wäre die, du würdest wahrscheinlich erstmal denken, so Rick, warum nicht, aber ich glaube, dass Rick, ähm, ja wohl nee, das ist nicht Rick dann. Warte, wer ist denn, sie ist die Tochter von, von, von Rick, ne? Mhm. Okay, dann muss sie das sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt gerade. Weißt du das noch? Äh, sie wird gesprochen von Sarah Sharkey. Ja, das ist schön. Ja, auf jeden Fall, äh, sie müsste das dann sein, weil da, äh, weil, 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 Rick würde, wäre vielleicht für die meisten die, die eindeutige Wahl, aber Rick hat, glaube ich, in seinem Leben ziemlich viel Scheiße erlebt und das ist nicht in seiner Jugend passiert, sondern als Vater. Oh, dann wäre es vielmehr so eine Dramaserie. Und einfach mal zu gucken, was hat Rick denn überhaupt zu Rick werden gelassen, weißt du? Hm, ja. Ich glaube, das würde ich nehmen. Ansonsten, wie gesagt, ich kann mit diesen Serien nicht so viel anfangen, es ist einfach, es ist, oh, es ist, es ist auch schon wieder so ein, so ein, so ein typisches Muster, weißt du? Es ist alles so, wir versuchen noch eine Malcolm in the Middle Serie zu machen und das funktioniert nur, wenn du Bryan Cranston mit da drin hast und Dewey. Ja, vielleicht, aber ich, ich muss jetzt an so Charaktere denken, wo man sich durchaus vorstellen kann, so die Kinderserie dazu, zum Beispiel Joey von Friends, ja, Joey, wie er mit seinem Vater nach Italien, dann nach Amerika kam oder sowas, wo dann in New York halt großgewachsen ist. Phoebe auf der Straße, als Straßengangster. Phoebe auf der Straße, das wollte ich gerade sagen, ist die nicht im Heim groß geworden? Wie auf der Straße. Ja, oder so, ne? Ja. Ja, nee, Friends, Friends kann man sich natürlich auch sieben wunderbare Szenarien ausdenken zu, das stimmt schon. Ja, aber ich hatte gerade eben noch eine. Dazu brauchen wir jetzt erstmal ältere Charaktere. Wie wärst du mit dem? Narcos, Pablo Escobar. Das A-Team. Das A-Team. B.A. Barackas. Ja, genau. Ja, aber mit derselben Stimme, weißt du? B.A. Barackas im Kindergarten, aber schon mit der Stimme. Ja, gibt's nicht sowas? Ich muss gerade, da gab's auch diese Zeichentrickserie, wie dann... Mr. T und seine Crew oder so, ja, wo er mit Leichtathleten unterwegs war. Ja, irgendwie sowas, aber da hat doch dann auch immer im Vorspann, da hat er dann immer mit Kindern irgendwie im Park irgendwie was lehrreiches gemacht. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich weiß auf jeden Fall, er war der Trainer einer Leichtathletik-Truppe. Oder so. Bist du? Das kann auch sein. Sehr gut. Klasse. Klar, das waren meine drei Fragen, Wucki. Wunderbar, wunderbar. Oh, Moment. Was soll der Volksglaube vor Vampiren schützen? Flaschenhälse, Blumenkohlohren, Knoblauchzehen. Knoblauchzehen. Gut. Sorry, ich... Glück fürs nebenbei. Ich merk's schon, ich merk's schon. Ist jetzt, also, wahrscheinlich ist nächste Woche dieses Quiz, gibt's dann nicht mehr. Die machen das nur noch bis Ostern, haben sie gesagt. Deswegen, aber ich muss noch dürfen. Vielleicht hast du ja noch was gewinnen. Vielleicht. Ja. Freitag hast du wieder der große Euro-Jackpot, ne? Äh... Ich hab übrigens letzte Woche Mittwoch im Lotto gewonnen. Hab ich das schon erzählt? Echt viel? Nein. Es ist total fies, weil ich spiel Lotto online. Und, ähm, um wirklich sicher zu gehen, also manchmal sind die Zahlen so spät, dass online ist, dass ich dann nicht mehr gucke an dem Tag. Stattdessen stehe ich dann donnerstags auf, will mein Handy weg ausmachen und sehe, ich hab eine E-Mail. Und da steht halt von Lotto, äh, herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen. Und mehr steht da nicht. Und ich glaube, in der E-Mail an sich steht auch komplett nicht drin, wie viel du gewonnen hast. Ich muss mal, ich muss jetzt, bevor ich das, bevor ich das Falsches erzähle... Also weißt du noch gar nicht, wie viel du gewonnen hast? Doch, ich bin ja online gegangen und habe nachgeschaut. Das hab ich auf jeden Fall... Ja, aber da du noch mit mir Podcast und noch immer nicht da hinten eine andere Couch stehen hast, geh ich davon aus, dass du... Es waren ganze 12,60 Euro. Oh, okay. Ja, zwei Zahlen und eine super Zahl. Ne, nur drei ohne Superzahl. Ah. Ja. Ja, ist doch okay. Aber trotzdem, du stehst halt auf und du hast halt diesen Moment, du weißt halt wirklich so, ja okay, aber wie viel? Es könnte jetzt alles sein. Weißt du? Äh, ist eine Trotz... Sie ist... Oh, kratzbürstig. Sorry. Ja, Quiz. Ja, die könnte alles... Das ist schon sehr unhöflich. Was? Das ist schon sehr unhöflich. Ach, komm. Wenn ich hier die 50 Euro gewinne, dann teilen wir uns die. Okay. Okay. Ja. Dann cutte das jetzt ordentlich und jetzt warten wir einfach, bis die nächste Frage kommt. Ich cutte da gar nichts. Wookie. Ja. Die drei Dinge. Definiert von Sebi und Wookie. Die drei Dinge. Und zwar, ähm, habe ich mir heute Morgen eigentlich auch was auf dem Klo überlegt. Weil, weil ich hatte keine drei Dinge. Und mittlerweile findet ja alles online statt. Alles soll irgendwie online statt. Ich quizze jetzt hier live, ja. Der Pilawa liegt gerade auf meinem Schoß und redet mit mir. Beziehungsweise, ich habe den Ton aus, aber der stellt mir gerade Fragen, ja. Was bringt denn das alles noch, was muss zukünftig, was kann noch alles online stattfinden, was jetzt halt noch nicht irgendwie online stattfindet. Das habe ich mir heute Morgen so ausgedacht. Und dann ist mir später beim Überlegen von Antworten angefallen, hm, das ist ja alles schon verdammt schwer, weil irgendwie geht ja alles online, ja. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was du so raushaust. Oh, der ist auch noch unter Druck gesetzt, ja. Ja, klar. Darum fängst du jetzt mal bitte an. Soll ich jetzt anfangen? Ja. Okay, ich fange mit der ersten Sache an. Und zwar ist etwas, wo wir uns jetzt nämlich gerade ein bisschen hapern freitags. Äh, Bandprobe. Oh, ja. Die ersten Bandproben. Also es ist, es gibt einfach ein technisches Problem und das nennt sich Latenz. Ja, aber ich glaube, bist du wieder in einer Band? Ich bin immer noch in der Band. Ach, immer noch? Ja, wir proben. Wir proben. Ah. Ja, ja, wir machen jetzt allerdings andere Sachen. Ja. Ja, cognierst du mir zu, weißt du? Ja, kein, du hast mal erzählt, du bist ausgetreten. So. Nee, auf jeden Fall, es gibt so ein gewisses Problem, das nennt sich Latenz. Und das heißt, für alle, die wirklich gar keine Ahnung von irgendwas haben, ist, heißt, Latenz ist einfach die Dauer zwischen Informationsabgabe und Informationsannahme. Ja. Ja. Das kann, das kann, je nachdem, wie weit man voneinander ist, sehr lang werden oder je nachdem, wie schlecht die Technologie ist. Richtig. Und gerade in der Musik, wo es auf Millisekunden und auf Takte ankommt, ist das natürlich... Es ist unmöglich, es ist unmöglich, aber wir sind, wir, momentan treffen wir uns online tatsächlich freitags und, ja, trinken Bierchen und schnacken über Songs. Aber wir haben noch keine Software gefunden, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnte. Stattdessen werden wir uns jetzt die Sachen so aufnehmen, dass jeder eine Spur aufnimmt und die anderen dann wiederum auf der Spur ihre Sachen aufnehmen können. Hast du natürlich dann echt Probleme, weil du natürlich dann sehr den Takt halten musst, ne? Und dann immer darauf angewiesen bist, dass die, ich sag mal, die Masterspur wirklich schon gut ist, ja? Naja, da muss dann halt das Schlagzeug oder der Bass, was bei uns nun mal die Taktgeber sind, müssen natürlich dann auch mit einem Metronom aufnehmen, ne? Ja, klar. Ich hab, während meines Masters hab ich mit Tommi damals zusammen mir ein Konzept dafür überlegt, wie denn ein Orchester, ein komplettes Symphonieorchester eben über das Internet spielen könnte, ja? Und, äh, die, die, ja, die Zusammenfassung kann man quasi sagen, es geht nicht. Das haben wir quasi nach vier Monaten festgestellt, es geht nicht. Also, wir haben ganz viele tolle Theorien, haben uns ganz viel überlegt, wie, ähm, Moment, bei welchen Sporen Sieger, Herren, Konkurrenz, das war immer aus Deutschland, äh, Iron Man, ähm, wir haben uns ganz viel überlegt, was denn, äh, wie man das Ganze denn schaffen kann. Also, auch diese Awareness, weil es geht ja nicht nur darum, einen anderen zu hören, du willst ihn auch spüren, du willst vielleicht mehr Realitäten haben, indem du irgendwo in einem Orchester vielleicht woanders hinguckst oder sowas, ja? Ähm, und das alles irgendwie umzusetzen, alles perfekt. War ein sehr intimes Projekt, das ihr da hattet zurzeit, oder? Ja, okay, okay. Wieso? Achso. Weil wir uns spüren wollten. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, war quasi, ja, das Ergebnis davon geht nicht. Ja, äh, wie gesagt, du verkackst einfach an der, an der Latenz an sich schon. Es geht einfach nicht anders. Ich hab, äh, das beste Beispiel, das ich je hatte, ist, äh, ich besitze, äh, ähm, wie heißt denn dieses verdammte Spiel? Nicht Guitar Hero, sondern Rocksmith. Rocksmith, ne, das war eine wunderbare Idee, dass du, ähm, deine E-Gitarre per Klinke zu USB-Wandler an deine Playstation angeschlossen hast und dann das, was dir auf dem Bildschirm gezeigt wird, auf der E-Gitarre gespielt hast. Das ist auch ganz gut gegangen, allerdings hat selbst dieses 1,5-Meter-Kabel so eine Latenz erzeugt, dass wenn du geschrammelt hast, also wirklich schnelle Takte geschlagen hast, dass du irgendwann gehört hast, dass deine, dass deine Seiten anders spielen als, äh, also in einem anderen Takt spielen als das, was du hörst. Weil natürlich versuchst du, du musst dich ja an dein, du passt dich ja an dein Gehör an und was du hörst, spielst du in dem Moment auch, das heißt, du überlistest dich selbst jedes Mal wieder und, äh, spielst dich selber aus dem Takt, deswegen geht's nicht. Ja. Deswegen die einzige Chance, die wir wirklich haben, ist, äh, jeder muss nacheinander aufnehmen. Das ist, äh, anders geht's nicht. Das ist wahr. Was hast du für die nächste Frage? Ja, die war schon, sorry. Heute erlaube ich's dir noch. Heute erlaube ich's dir noch. Danke, danke, nächste Woche ist vorbei. Naja, mein, 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 okay, mein, mein, mein erstes drittes Ding, mein erstes drittes Ding, ähm, ist ein, ein Ding, was vor einer Zeit eigentlich schon mal so überlegt wurde, von wegen, ja, das, das könnte man irgendwie kommerzialisieren und vermarkten und ist, glaube ich, jetzt auch aktueller denn je. Äh, und zwar sind das Konzert, Konzerte und Stadionbesuche. Ja. Ganz digital, was sagst du? Was, was? Mein zweites Ding ist Festivals. Ja, zählt auch, dann hauen wir das irgendwie zusammen. Ja, hauen wir die Ecke zusammen. Aber es geht jetzt gerade, es geht jetzt gerade darum, okay, ähm, Konzerte finden alle nicht mehr statt, wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit finden die nicht mehr statt, äh, Leute reden, also ich, ich, ich sehe gerade mal unter uns, ich sehe für unser Apple Tree gerade ganz, 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 ganz schwarz eigentlich, ja, weil, ähm, 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 die werden dieses Jahr keine, 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 wenn es mir so sagen, wo hunderte Leute aufeinander irgendwie hocken und eben direkt Flugiball spielen, ja, das, das wird nicht, glaube ich, funktionieren. Aber, äh, mal abgesehen davon. Weiß nicht, ich habe heute noch gelesen, dass es schon wieder jetzt ein Medikament geben könnte, vielleicht, wir müssen Glück haben, dann geht's schon wieder. Ja, 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 schnell, Sebi, nächste Frage. In welchem Wort befindet sich die fünf Vokale in alphabetischer Reihenfolge? Das ist der Magamilchjoghurt. Alles gut, alles gut, ja. Ähm, nee, aber konzentrieren. Wenn du übrigens was hörst, hörst du gerade das bei mir, das Geräusch? Nein. Mein Nachbar ist ganz von über mir, es gerade auf die Idee kommt, Staub zu saugen, also falls jemand bei der Aufnahme einen hört, das ist der Staubsauger, den man hören kann, wie er über den, über den Holzboden in der, in der Wohnung über mir fährt, man hört aber den Staubsauger an sich nicht, man hört nur, wie das Staubsauger, also wie das Material über den Boden rascht, deswegen tut es mir leid. Und sowas ähnliches höre ich ja auch mit meiner Nachbarin an. Sowas ähnliches, auch sehr rhythmisch, ne? Ja, wie das Material über den Boden rascht. Ja. Ähm, nee, aber Stadion besuchen Konzerte, und zwar, ähm, gab's schon länger mal über die Ideen, halt auch, äh, virtuell Konzerttickets zu verkaufen, das heißt, oder auch Stadiontickets, das heißt, ähm, man konnte quasi, ähm, einen, einen, einen virtuellen Platz in der Arena sich ergattern, und da gab's dann auch zum Beispiel verschiedene Preiskategorien, das heißt, je nachdem, wie viel du bezahlt hast, je nachdem, stand die Kamera anders, ja? Mhm. Äh, und, und das kommt man natürlich dann auch bei irgendwie beim, beim, ähm, Fußball dann halt auch irgendwie so machen. Klar, ich meine, dann hast du jetzt, äh, hast jetzt Leute wie zum Beispiel hier James Blunt oder so, die trotzdem ihre Konzerte im leeren Saal gemacht haben, die natürlich dadurch Pionierarbeit leisten können, ne? Ja, klar. Die wirklich diese Idee vorantreiben können. Klar, das geht, das, ich, das ist sowieso so eine Sache, das ist, das ist etwas, ich glaube, da gibt's einen ganz besonderen, äh, äh, Bereich der Medien, der, der eigentlich da wirklich irgendwann sagen wird, okay, machen wir oder nicht, und das ist das Kino. Weißt du? Die Möglichkeit, äh, online, äh, einen Kinobesuch irgendwie zu ermöglichen. Weißt du? Ähm. Ja. Das ist halt noch die, ja, ich meine, legal, Sebi, für Geld. Also, ein echter Online-Kinobesuch. Also, wirklich den Zugriff auf hochqualitative, ein hochqualitatives Medium zu haben, aber klar, du weißt ja nicht, wie viele Leute dann halt gucken, etc., weißt du? Ja, ich glaube, aber das, das wird, glaube ich, einfach niemals kommen, weil, ähm, gerade Filme, die sind für die Leinwand produziert, ja? Wenn, da kommt jetzt jemand und, und produziert Star Wars 10 oder sowas, ja? Ähm, die werden ja dann nicht sagen, so, okay, hier ist der Film und natürlich könnt ihr euch diesen Film jetzt auch für 15 Euro nach Hause streamen in 4K, ja, oder sowas. Weil, die sind ja dann auch soundtechnisch für ein Kino eben ausgelegt. Ja, sicher, sicher. Aber ich meine, die Möglichkeit würde ja bestehen, dass es eine gewisse elitäre Gruppe gibt von Menschen, die ein, 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 ein Home-Cinema-System haben, die genau für sowas ausgerichtet ist, weißt du? Ach, die haben's doch sowieso. Das ist hier, George Lucas, der hat doch sowas. Nein, ich meine, die Leute, die das machen würden, also die, die wirklich, äh, die sich diesen Film dann irgendwie, lass ich, für 20 Euro oder so ausleihen. Ah, verstehe, verstehe. Ich glaube, das Problem ist eher, die natürlich immer noch der, 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 äh, Vermehrung und so weiter, der Dateien natürlich im Nachhinein. Ja, muss man natürlich alles ausschließen, alles ausschließen. Mittlerweile wird ja eher das nur digital in Kinos gespielt. Aber Kino ist eine gute Sache, wie, hat Mun hat ja heute Morgen geschrieben, dass das Autokino in Köln wieder auf hat und das finde ich eine sehr coole Sache. Und ich glaube, das kann jetzt richtig davon profitieren. Total abgefahrene Sache. Das ist, das ist so eine Sache, die ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ich war noch nie in einem Autokino. Ich war schon ein paar Mal im Autokino. Wir haben hier im Portz ein Autokino, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, du fährst da halt beim Auto rein. Ähm, die haben da eine relativ große Leinwand. Ähm, Problem ist da, dass die Lichtstärke des Projektors nicht ganz so groß ist, fand ich immer. Also die Bildqualität ist nicht besonders. Aber, um ehrlich zu sein, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, dass ich da war, ja. Ja, aber das ist dann immer ganz gut gemacht, da sind quasi die ganzen Reihen. Und zwar haben die dann noch so Erdhübel quasi aufgeschüttet, wo du mit den Vorderreifen drauf fahren kannst, damit dein Auto ein bisschen nach oben steht. Mhm. Dann liegst du quasi mehr in deinem Sitz und kannst besser die Leinwand sehen. Damit der Wagen vor dir nicht die halbe Sicht versperrt. Richtig. Und, äh, übertragen wird das Sound übers Autoradio. Das heißt, du stellst die Frequenz ein und hörst es dann. Ja. Hast natürlich dann auch nur Stereo, ne, also keine Kinoqualität. Je nachdem, was du für eine Anlage im Auto hast, ne? Ja, aber über Radio wird eine Stereo übertragen. Ah, naja, gut. Ja. Ja, gut, okay. Genau. Na, auf jeden Fall haben sie das Ding jetzt wieder aufgemacht und du kannst mit Eigenverpflegung da hingangen. Du darfst, das Auto sollst du bitte nicht aussteigen. Du darfst auf Toilette gehen, aber es wird empfohlen, bitte zu Hause auf Toilette zu gehen. Mhm. Ja. Und das ist eine coole Sache. Das Problem ist jetzt halt nur, dass die Filme halt erst um 22 Uhr anfangen, wenn es wirklich dunkel ist. Und das ist ein bisschen spät. Ja, und vor allem brauchst du ein Auto. Und du brauchst ein Auto, genau. Ich glaube, mit so einem DriveNow da hinzufahren wäre ein bisschen krass, oder? Dann denkst du dir, willst du so ein bisschen Geld sparen, dann fährst du ihn da in den Hügel rein, denkst dir so, okay, ich melde den Wagen mal kurz ab, guck den Film und melde ihn einfach in zwei Stunden wieder an. Und dann kurz vorm dritten Akt kommt irgend so ein Typ ist vorbei und hat deinen Wagen dir weggemietet. Und dann musst du aussteigen. Das ist aber an sich gar keine dumme Idee, weil du kannst bei DriveNow von, ich glaube, von 10 Uhr abends bis morgens um 6 Uhr kostenlos reservieren. Und die Filme, die fangen da ja alle erst um 10 Uhr das an. Das ist ja eine Weltklasse Idee. Also an sich könntest du dir einen DriveNow nehmen, da hinfahren. Moment, du kannst bei DriveNow von 10 bis, bis wann kannst du den Wagen umsonst haben? Ich glaube von 10 bis 6, nicht umsonst, aber umsonst reservieren. Ah, okay. Ja, das heißt aber trotzdem, du könntest den dann ja dahin fahren, dann entsperrst du den quasi, dann entsperrst du den quasi und reservierst den dir dann. Ja, und notfalls lässt du ihn einfach da stehen. Super Geheimnis für Leute, die übrigens auch die nachts arbeiten müssen und morgen um 6 von der Arbeit kommen und ihren Parkplatz nicht wiederfinden. Einfach mal ein DriveNow Auto auf deinen eigenen Parkplatz stellen dann bis dorthin, bis 6 Uhr reservieren und dann dort parken. Ja, und dann musst du nur einen anderen Parkplatz für das DriveNow finden, oder? Ja, parken die nicht sowieso, wahllos sonst wo? Nein, das dürfen die ja auch nicht. Dürfen, dürfen. Dann machst du es wie mit einem Scooter, aber weißt du, wirfst du den Rhein fertig. Genau, der Rhein ist auch voll mit Scootern und Carsharing Autos. Deswegen hat das so eine Farbe. Mein zweites Ding ist Festivals eigentlich, aber gut, dass ich vier Sachen aufgeschrieben habe. Mein zweites Ding, mein Ersatzding ist dann dadurch Familienfeiern. Familienfeiern. Also ich glaube, es wird dieses Jahr sehr, sehr viele Leute geben, die an Ostern ihr Tablet auf den Tisch stellen werden, an den Platz, wo normalerweise ihre Kinder sind oder sonst was. Und die Kinder werden sich dann da anmelden und so tun, als wären sie frisch gewaschen. Und während die Mutter dann trotzdem den schönen Braten gemacht hat, wird das Kind dann wahrscheinlich irgendwie mit Nudeln zu Hause sitzen und einfach mitessen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert, ja. Aber dafür brauchst du halt auch vielleicht technikaffine Eltern. Ja gut, also ich meine, wer es jetzt nicht geschafft hat, seinen Eltern Skype beizubringen, hat es selber vermasselt. Ja, aber vielleicht will man das den Eltern ja auch gar nicht beibringen. Ja, man sollte den Eltern vielleicht nicht Facebook beibringen, da hast du recht. Oder Instagram, stell dir vor, du findest deine Eltern auf Instagram. Ja, das passiert irgendwann. Das schwingt, also jetzt, es ist ja langsam so, die Jugend wandert jetzt ab über Instagram dann halt jetzt zu TikTok. Und bei Instagram kommt auch langsam halt dann die Elterngeneration an. Ja, das merkt man dann natürlich jetzt auch langsam. Und ich gebe dem Ganzen, keine Ahnung, zwei Jahre und dann ist TikTok voll mit Omas, die... Tanzen, die so lustigen Usher-Beats aus den 80ern, aus den 90ern dann tanzen und halb rappen. Nee, die machen dann eher so Trump-Synchron-Sachen, indem sie die Sachen für gut finden und so, weißt du? Naja, die Zukunft des Internets, ja. Ja, kann ich, ich habe auch überlegt, jetzt hier Thema Ostern steht vor der Tür, was mache ich denn jetzt mit meinen Eltern? Ja, keine Ahnung, Quatsch, es wird ja auf den Anruf hinauslaufen, weil, ja, es ist dann einfach so. Und damit müssen wir jetzt alle leben. Bei mir wird es definitiv ein Videocall sein, ja doch. Ich werde tatsächlich mit dem Tablet, glaube ich, wirklich an dem Esstisch sitzen. Es klingt ein bisschen bescheuert, aber es ist auch gleichzeitig irgendwie schön. Ich habe das letztens mit Freunden zum Frühstück gemacht, das war auch ganz nett. Aber eigentlich ist das dann, als wenn du frühstückst, weil es ist ja auch beim Frühstück halt immer ein bisschen schwer, den anderen zu verstehen. Deswegen hörst du auf zu kauen, während der andere redet. Solltest du, achso, ich wollte gerade sagen, solltest du so an sich auch schon aufhörst zu kauen, wenn du redest, aber ja, du hast recht, du hast recht. Ja. Ja, alles, alles nicht so das Wahre. Naja. Man merkt es richtig, wir kommen so richtig nicht aus dem Saft raus hier, ne? Ist okay. Mein zweites Ding, mein zweites Ding sind Kochabende. Geht quasi so in die gleiche Richtung, aber. Habe ich auch drüber nachgedacht, ja. So was über online zu machen, geht schon mal gar nicht, weil du musst ja eh, also es geht schon, aber du musst ja zweimal parallel quasi kochen. Also du kochst ja quasi da nicht zusammen, sondern man guckt sich gegenseitig beim Kochen zu. Müsste eine Person ja die leitende Person sein und zum einen bei sich selber das kochen und gleichzeitig den anderen auf der anderen Seite sagen, was sie zu tun haben, damit ihr am Ende beide dasselbe Gericht vor sich haben, ne? Genau, und ich vermute, dass daran nämlich das Problem liegt, dass es keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, das könnte schon lustig werden. So eine Kochschule. Ja. So eine Kochschule. Eine Kochschule? Ja. Einfach mal zusammen kochen, zu erklären. Ja, ich glaube, man kann viele Sachen auch wirklich online vermarkten. Das nächste halbe Jahr werden wir uns alle nur online irgendwie treffen und online irgendwie alle möglichen Sachen, Online-Yoga-Kurs, Online-Karate-Kurs. Das einzige, was dann immer noch nicht digital sein wird, sind Schulen. Ja, weil Deutschland. Um einfach nochmal politisch zu sein, ne? Ja, Kochabende, Kochabende, schön, schön. Das ist gar nicht so ein weiter Sprung, den ich machen muss zu meinem dritten Ding. Ich nenne es mal Netflix and Chill. Dates. Ja, wer weiß, wie lange das hier noch gehen wird, weißt du? Was ist denn, wenn man jemanden kennenlernt und so weiter, weißt du? Und man sich gar nicht treffen kann. Keine Ahnung, zur Not bei World of Warcraft. Ja. Man lernt sich doch überall kennen. Aber nichtsdestotrotz. Aber wenn es dann passiert, weißt du, du kannst ja die Person nicht auf ein Date fragen. Geht ja nicht. Außer du bist im Sitz von diesen Fußballballons. Dann könnte man das vielleicht machen. Ach, bei diesem Fußballballon. Ja, ziehst du so einen Ballon an, weißt du? Und dann holst du es ab und dann gibst du dir auch so einen. Kannst du sagen, ich habe Schutz dabei. Ja, genau. Ich bin gestützt, Baby. Alles gut. Ich habe ihn schon an. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das ist natürlich übel, weißt du. Aber wenn du es halt machen willst, dann wahrscheinlich musst du dir dann auch einfach, muss er oder sie, muss ein Tablet da hinstellen, weißt du? Und die andere Person guckt übers Tablet den Film mit. Und dann ist die Frage, ist das wiederum erlaubt? Ähm, bestimmt. Oder man könnte ja einfach synchron auf Play drücken. Das würde auch funktionieren. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber da hast du vielleicht wieder so ein Latenzproblem, weißt du? Und dann lacht die eine Person, bevor die andere Person lacht oder sonst was. Oder wenn es ein Horrorfilm ist, dann ist die Person einfach erschreckt. Ja, da müsst ihr beide gleich. Das Problem haben doch eh schon alle. Aber die gute Sache ist natürlich. Und dann guckt die Hälfte das in HD und die andere Hälfte nicht in HD. Dann lachen die SD-Leute nämlich immer zuerst. Wenn die eine Person auf Filme steht, auf die du gar nicht stehst, weißt du? Du kannst ja heimlich einfach einen anderen Film laufen lassen. Und währenddessen schnell die Wikipedia-Zusammenfassung des Filmes lesen, die da gerade ist. Und so ähnlich mache ich das bei Podcast-Aufzeichnungen. Ja? Nice. Ja. Mein drittes Ding, was jetzt irgendwie online gehen muss, wo man auch ein bisschen dran denken muss, sind Obdachlosenzeitungen kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da aufgekommen bin. Ich habe heute Mittag eine Doku gesehen über Obdachlose. Und dann ist mir eingefallen, Moment, die haben ja noch die ganzen Obdachlosenzeitungen. Und dann dachte ich mir, ja, werden die eigentlich online auch irgendwie verfügbar gemacht? Ich glaube, die Hinsen und Kunst ist online verfügbar. Das weiß ich nicht. Hier in Köln heißt die ja Querkopf. Querkopf? Ja. Glaube ich. Gucken wir doch mal. Sieht nicht so aus, als hätten die ein Portal. Tja. Ist natürlich doof. Ja. Aber da muss natürlich auch eine Regelung gefunden werden. Ich meine, da sind natürlich auch Leute hinter, die da das Einkommen wegbricht, ja. Auch wenn es nicht viel ist. Aber irgendwie ist das ja für viele. Es geht ja nicht nur darum, den Content dieser Zeitung verfügbar zu machen. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht groß der Sinn dieser Zeitung. Es geht ja vielmehr darum, einfach auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Ja, definitiv. In dem man versucht, eben dieses Zeug an den Mann zu bringen, ja. Einfach auch, dass die auch einfach, es sind ja auch genug Leute, die arbeitslos sind, auch obdachlos sind, die einfach auch arbeiten wollen, ne. Ja, klar. Oder auch, oder wieder arbeiten wollen und dadurch natürlich einen Schritt in die richtige Richtung machen. Also, ich habe jetzt nichts gegen, also ich kann nichts Negatives sagen gegen Leute, die die Obdachlosenzeitung verkaufen. Also wirklich nicht. Nee, nee. Das war ja auch gar nicht. Nee, nee, das habe ich dir jetzt auch nicht vorgehoffen. Es muss jetzt nur irgendwie mal eine Lösung gefunden werden, dass hier Obdachlosenzeitungen wieder online verkauft werden, aber die gleichen Ergebnisse halt gemacht werden. Oder andere Jobs. Ja, Spargelstechen will ja keiner. Ja, warum will eigentlich keiner Spargelstechen? Ja, weiß ich ja. Das ist nicht gut für den Rücken, ne. Das ist nicht gut für den Rücken. Ja, und da kommt wieder der Deutsche, ne. Das kann der Pole machen, ja. Dann holen wir uns ein paar getestete Polen hier hin, die können schön ihre Rücken kaputt machen, ja. Ja. Aber nee, der Deutsche, der ist nicht zu fein dafür, um auf dem Feld Spargelstechen zu gehen für einen Mindestlohn von, keine Ahnung, 9,50 Euro. Da kommt die kroatische Seite vom Silbi wieder raus. Die kroatische Seite? Ja, es kann ja nicht schlecht die deutsche Seite von dir sein, die hier gerade spricht, sonst wäre es ein bisschen hypokritisch. Weiß ich nicht. Ja, warum gehst du denn nicht mal Spargelstechen? Ja, weil ich einen Job habe. Ich arbeite ja 40 Stunden die Woche. Wo soll ich denn dann noch Spargelstechen? Kannst du aber machen, vielleicht müssen die sich einfach das neu überlegen, weißt du, und Spargelstechen, du musst Spargelstechen vielleicht als Bauer einfach so verkaufen wie Erdbeeren, weißt du? Können wir Spargelstechen online machen? Ja, sowas zum Beispiel, mit so einer Drohne. Ja, genau, man steufert zu Hause die Drohne. Der Spargelstecher-Roboter. Weißt du? Ja, komm, du kannst Bomben entschärfen mit so einem blöden Roboter. Ja, kannst ja wohl Spargelstechen, ey. Da bauen wir uns so einen Vordi und der wird dann von zu Hause ausgesteuert. Weißt du, ich rede, wir machen so, um mal ein bisschen Technik gelaber, da haust du ein Raspberry Pi auf, ein bisschen Legosteine drauf, weißt du, zack, Ding, das läuft, weißt du, dann zack, in die Amazon-Drohne kommt es zu dir nach Hause geliefert. Ach so. Aber die ganz billige Art verkauft, die Bauern müssen das einfach so wie Erdbeeren verkaufen, weißt du? Jeder Erdbeerbauer bietet dir doch die Möglichkeit, da irgendwie hinzugehen, zahlst fünf Euro und dann kannst du dir irgendwie einen Korb voll machen, wenn du selber pflückst. Ja. Hab ich aber auch schon gehört, das geht gar nicht so einfach, weil du kannst da mehr kaputt machen, als du ganz machen kannst. Weil, wenn du vom Spargel, nämlich den... Spargel? Wenn du vom Spargel die Wurzel beschädigst, dann hast du ein Problem und kannst den nächsten ja keinen Spargel anpflanzen. Viel größeres Problem ist ja die Hopfenernte, gleiches Problem. Hopfen muss jetzt bald wieder geerntet werden. Vorsichtig mit solchen Sachen, vorsichtig mit solchen Sachen. Weißt du, wenn einer sowas in den Raum wirft, weißt du, und dass der Falsche aufnimmt, weißt du, wir brauchen nur einen Zuhörer, der in der Küche vielleicht nur noch zwei Bier über hat, weißt du, und wenn er das hört, dann dreht er durch. Dann wird Bier gehamstert. Richtig, Bier hamstert. Bier hamstert. Hamstert hat mal was anständiges wie Bier. Ja, so wie Franzosen, oder? Die haben Wein und Kondome, glaube ich. Wein und Zigaretten, meine ich. Oder so. Ich meine Wein und Zigaretten, ja. Das sind Franzosen, die benutzen noch keine Kondome, das weiß man doch. Nein. Ja. Bist du immer noch bei der App? Nee, bin doch ausgeflogen. Ja, ist durch, glaube ich, für heute. Das ist eine kurze Folge gewesen. Kinder, eine Stunde und zehn. Nein, das passt schon. Sebi ist das letzte Mal abgelenkt gewesen heute. Nächste Woche machen wir ohne Ablenkung auf. Ja, weil nächste Woche bin ich wieder voll gut drauf. Nächste Woche bin ich im Urlaub, vor allem. Echt? Ja, nächste Woche habe ich Urlaub. Meinen Urlaub habe ich behalten. Der ist jetzt... Ja, ich habe meinen Urlaub auch behalten. Den darf ich nicht mehr zurückgehen, aber die haben in meinem Ferienhaus in Dänemark. Das heißt, du hast nächste Woche auch Urlaub. Nee, das heißt, im Mai bin ich im Urlaub. Ach so. Zwei Wochen lang und sitze dann halt hier rum und fahre nicht weg. Ja, ich kann nicht mal Balkonien machen, weil ich habe keinen Balkon. Du keinen Balkon hast, aber du hast einen Innenhof, oder nicht? Ich habe einen Innenhof, das ist richtig. Nimmst du dir... Wir haben sogar eine Palme. Vielleicht bestelle ich mir so einen Aufblaspool. Ja, warum nicht? Du hast einen Gartenstuhl, Aufblaspool und dann gehst du schön in den Innenhof. Schöne Mixer auspacken, weißt du, ein paar Margaritas machen und morgens um elf dann schön in den Pool setzen mit Margarita in der Hand. Und vielleicht kommt dein Nachbar dazu und ich nackt neben dich oder so. Was für eine grandiose Vorstellung. Meine Damen und Herren, das war die sehr unmotivierte Folge. Sehr unmotiviert. 66. Aber ihr kennt uns. Vielleicht wird nächste Woche wieder besser. Ja. Wir müssen einfach mal wieder bei der Aufnahme trinken. Das ist wie so oft. Ja, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Woche allein schon gehört habe. Ja, nee, aber die Folgen, wo die trinken, sind richtig gut. Ja, ich habe... So langsam haben wir einen Ruf weg in gewissen Kreisen. Was das angeht. Das ist die Frage. Kämpfen wir gegen den Ruf an oder perfektionieren wir das? Wir müssen drüber nachdenken. Ist der Ruf erst ruiniert, trinkt es sich ganz ungeniert. Wunderbar. Ja, das kommt dann direkt erstmal in die Beschreibung der Folge. Ja, ja. Und deswegen wünschen wir euch allen frohe Ostern. Und denkt dran, wenn ihr den Podcast am Freitag hört, ausmachen. Weil Tanzverbot... Nee, ihr dürft nur nicht dabei tanzen. Ja, aber wie kann man denn bei unseren Intensiv tanzen? Oh, jetzt haben wir ein doppeltes. Wir haben ein doppeltes Tanzverbot jetzt gerade, ne? Alter, aber warte, das negiert sich dann doch wieder, oder? Wahrscheinlich. Oder der Deutsche rastet komplett aus. Oder jetzt gar nicht mehr tanzen darf. Ja. Meine Damen und Herren, Eilaufland der Podcast. Ich bin der... Der Podcast. Ich bin der Sevi. Ich bin der Wookie. Bis... Ja, bis Samstag. Samstag sind wir dann online. Bis Samstag online, oder? Bei Twitch. Nächste Woche Donnerstag nach Ostern dann. Genau. Frohe Ostern. Tschö. Spaß beim Eier sammeln. Haha, Eier. Tschö. Tschö. competitor mit của Un Burgerin Vielen Dank.